Oh, ist das schön hier in Rostock. Oh, so schönes Wetter. Ey, wo gehst du mit mir hin? Was soll das? Halt mal an hier. Was ist das? M-A-U-Club? Und ein Fisch-Festival? Ein Festival für Fische? Oh, das Fernsehen ist hier. Oh mein Gott, ich werd berühmt. Und in diesem coolen Club geht nachher bestimmt voll die Party ab. Da treffe ich ganz viele neue coole Fische. Oh, es ist spannend. Aber Lady, lass uns mal weitergehen. Oh, ein Zirkus. Der geht bestimmt aus dem Festival für die Fische. Mann, die haben hier in Rostock so reinen ausgearbeiteten Programmplan für das Fest. Wie cool. Hey du, komm mal her, nimm mich mit. Ich hab Hunger. Oh, Royal-Fisch. Leckeres Essen für königliche Fische wie mich. Haha, was? Was? Lauuuuff. Okay, okay. Dieser Fischlad gehört wohl nicht zum Fisch-Festival. Hey, hey, was machst du da? Wo gehen wir jetzt hin? Oh, diese Fische sehen schon viel besser aus. Hä? Film-Festival? Wer denkt sich denn sowas aus? Gucken wir jetzt mal einen Film? Oh, hey, hier sind ja noch mehr Fische. Hey, Leute. Film ab. Film ab. Film ab. Film ab.